Senator Bernie Sanders hat die Vorwahlen der Demokraten im Rennen um die Nominierung als Präsidentschaftskandidat im US-Bundesstaat New Hampshire gewonnen. Pete Buttigieg belegte den zweiten Platz, während Senatorin Amy Klobuchar auf dem dritten Platz landete. Senatorin Elizabeth Warren wurde vierte. Joe Biden, eins der Spitzenreiter im Rennen der Demokraten, landete auf dem fünften Platz. Nach der Wahl sagte Sanders, dieses Ereignis hier sei der Anfang vom Ende für Donald Trump. Wir werden uns zusammentun und den gefährlichsten Präsidenten der neuen Geschichte in diesem Land besiegen. Und der Grund dafür, dass wir gewinnen werden, ist, dass wir eine noch nie dagewesene Graswurzelbewegung von einer Küste bis zur anderen haben, von Millionen von Menschen. Der nächste wichtige Termin nach der Vorwahl in New Hampshire ist der sogenannte Super Tuesday am 3. März, wenn gleich 15 Bundesstaaten abstimmen. Dann will auch der frühere Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, in das Rennen einsteigen. Mit dem Wahlmarathon wird bestimmt, wer am Ende für die Demokraten gegen Amtsinhaber Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl am 3. November antritt.